Ah, mit der Giftgrütze. Hallo und herzlich willkommen bei Jericho HD, heute mal mit dem Maddox und als Team-Speak-Unterstützung haben wir natürlich die Bella dabei und die Sakura alias Dynetic und wir testen einfach heute mal mein Baumdeck mit dem Maddox. Und testen mal, was da so hergibt. So. Die Natur wird sich gegen euch erheben. Ah, das sieht der Animer wirklich aus. Na, es geht. Es wird besser sein. Ja, ja. Ach, du hast den Hotz gehabt. Kann natürlich auch besser sein, ja. Hm. Einsatzbereit! Oh, in diesem einem Schaden werde ich mich wahrscheinlich nie erholen. Oh ja. Das wirst du mir ein Leben lang hinterher halten. Du hast am Anfang des Zuges mir einen Lebenszug abgezogen. Oh, das tat echt weh. Hm. Aber, halleluja. Jetzt habe ich schon zwei Lebenspunkte wegen dir verloren, also schäm dich. Ja, schade auf mein Haupt. Oh, er überlegt. Oh, er überlegt. Er überlegt. Er überlegt. In einem leeren Mana-Kriff. Das ist der Fall. Ah. F***. Zu den Waffen! So. Hier haben wir mal voll ne Harten hier. Nur wei harten kommen wir an. Ganz so viel HP schon. Ja. Langsam wohl. Wir haben ja auch einen gleicheren Zuschauer. Ja, natürlich. Unsere Kombinatoren. Ja, ist klar. Du weißt schon, dass ich nur deine Seite oder die von Maddox sehen kann. Meine Augen sind offen. Dann sag mir mal, was er für Karten hat. Ja, ist klar. Ich könnte ihm sagen, was du für Karten hast. So ist das nicht. Ich guck grad dir zu. Das wäre jetzt uncool. Ich guck grad dir zu. Deshalb. Oh, er pusht einen schon von seinen Maddox-Pistallen hier. Du musst doch gleich sehen, warum. Was denn für eine Karte? Nein, er ist 2-2-Spot. Naja. Natürlich. Mit der giften Rütze. Ja, ne. Alles klar. Das ist doch nur ne neun Achter. Das ist doch nicht viel. Das ist nicht viel, nein. Nur nicht. Nein, jetzt kann ich mich nicht angreifen. Das geht nicht. Ja, das habe ich gesehen. Ich muss überlegen. Du kannst nicht viel überlegen, du hast ja keinen Mana mehr. Du wirst nicht, was ich für Karten habe. Das heißt, ich muss jetzt mal loslegen, ja? Hm? Hm? Ja, jetzt ist mein Baum platt. Hm? Jo, das war jetzt ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Ja. Aber ist ja. Das war gut gespielt. Selbst in der Natur. Oh ja, wär'n ja nicht Jerry, wenn wir noch Arthema immer hätten, ne? Oh, ist ja nicht. Oh, das tat jetzt echt weh. Ja, den Lebenspunkt hätte ich aber so oder so die Runde verloren. Das stimmt am Ding. Ja, das ist ja auch ein interessanten Karten. Äh, Background. Was ist das? Hearthstone oder? Ja, das ist der Neue, ja. Heroes of Storm. Wie? Wie kriegt man den? Ähm, den hast du geformt, äh, für, Ranked. Ah, okay. Ich glaub' bis 20 oder 25. Äh, 25 glaub' ich. Hast du den bekommen? Ich bin voll unkonzentriert hier, leck' mich nicht ab. Oh, wie niedlich. Noch acht. Ich hoffe, sie ist ein Schadenspunkt. Besser ist gar nix, oder? So, und weil du kommst, kann ich schon lange. So nicht, mein Freund. So nicht. Aber wir werden uns jetzt selber zerstören, glaube ich. Hab's ja auch. Das Gute ist, du hast keine Karten mehr. Inwiefern. Ja, du hast keine Karten auf Seiten mehr. Hm. Die kann ich doch irgendwo her. Wo soll ich zuschlagen? Da hast du mir mal ein Gottesschild. Ja. So sieht's aus. Manchmal ist komisch. Ich hab nur so eine schöne Sache auf der Hand. Was man von mir glaub' ich nicht behaupten kann. Das war nicht schlecht, ja. 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 Das war's. Die Karte bringt mir jetzt richtig viel. Ja. 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 Die hätte ich früher ziehen sollen. Ja. 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 Ich zieh halt nur gerade Mist. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017